Hallo liebe Facebook-Freunde, mein Name ist Thomas Bahne, ich bin Pressesprecher bei Isotec. Bei mir ist Jenny Kokoschla aus dem Personal. Wir möchten euch ganz herzlich einladen zu einem Live-Chat, den wir abhalten am Freitag, den 9. März. Da ist nämlich unsere Halbjahrestagung von Isotec mit über 400 Kollegen und Mitarbeitern. Wir werden live eure Fragen beantworten können auf diesem Live-Chat, alles was Isotec als Arbeitgeber betrifft. Ja, hi, ich bin Jenny aus der Personalabteilung und ich freue mich, dass wir zum allerersten Mal live gehen können. Das heißt, wenn ihr Fragen rund um das Thema Bewerbung habt, habt ihr Fragen zum Thema Berufsbilder, habt ihr Fragen zum Thema Isotec als Arbeitgeber, haut alles raus. Ihr könnt eure Fragen schriftlich per E-Mail an karriere.isotec.de bis einschließlich Donnerstag, den 8. März senden, aber natürlich auch live. Wir freuen uns auf zahlreiche Fragen und Bewerbungen und dann sage ich bis nächste Woche. Bis dahin, tschüss! Tschüss! Tschüss!